Ich habe das Programm hier schon ziemlich lange, ne? Da würde ich so den Haar... ...und unterlegt... ...und nach... ...direkt Qalité... ...und übrigens... ...und nach... ...und nach... ...und nach... ...und nach... Und dann holen wir uns erstmal die Kiste, also Goldbeutel, ich weiß auch irgendwas, wenn du holst, das soll die Überfahrt sein. Also ich werde jetzt nicht alles durchlesen, falls ihr euch später im Video das anschauen wollt, müsst ihr euch ja mal kurz Pause machen, ich werde mir das selber durchlesen, aber halt nie alles vorlesen, weil ich habe keine Leserstimme. Der Beutel ist aggressiv. Wir haben die jetzt mal die Mauer geprüft. So, die halten nicht viel aus. Ein Hilt und Tod umgegibt. Deine Wartung zu untertreffen. Sehr gut. Dann kommt Schäffen. So, jetzt dürfen wir gegen Vivo kämpfen. So. 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 Ähm, ja gut. Haben wir denn? Das habe ich natürlich noch nicht. Dann probieren wir es auch mal. So, die war jetzt schon wieder. Da hat es immer wieder springen. Die Heiser verliebt mich nicht. Gut. Auf diesem Kampf gegen Warschen, wenn die am Warschen, als da bin ich nicht erinnern. Okay. Okay. Ja. Mit 2 HP. Gut, überlege ich gerade. Dann habe ich jetzt eigentlich das von... Wahrscheinlich war ich da auch gerade komplett ohne Ton. Ähm, ja. Dann, falls ich jetzt entweder beruhle mich jetzt nochmal oder nicht. Also auf meinem Stream und auf YouTube hier, auf meinem Kanal wird es jetzt in Zukunft mehr so RPG-Stuff geben. Das heißt, wie das Spiel Secret of Winter jetzt. Dann später Secret of Mana. Die ganze Gothic-Reihe. Bis zum zu Gothic 3. Arcadia. Diese, ja, nicht so gut gewordene Nachfolge. Weiß ich noch nicht. Dann, die ganze Rhythm-Reihe. Aber in dem Ende geht's schon wieder nicht so. Das Ähm. RPG-Spiel ist ja schon wieder eine andere Kategorie. Wohl aus der Dark Pictures Reihe da muss ich mal gucken. und vielleicht mit darkpictures freie spielen werde vielleicht kann ich auch mal mit meiner freundin zusammen die kino modus fassung spielen und ja ich spiele das wieder nicht alleine und das werde ich dann noch gucken müssen da geht nichts weiter Ah, die kann ich nicht mehr. Man hat mich nicht mehr an die Tür. Das ist ja nicht mehr. Also, ich kann nicht mehr an die Tür. Dann drang her. Ich habe ihn nicht aufgelenkt. Ich habe ihn nicht aufgelenkt. Ich bin hier auch wieder verknüpft. Ich könnte die GO-W, werde ich denke mal nicht mehr spielen, ich grüße mich dann wieder mal den Rektor kommen, mythisch plus, aber sonst bin ich hier auf dem Kanal soweit. Kein Wotterbocker fliegen. Vielleicht mal in die Stadtbereich. Was man hier so ein bisschen sieht in Lunge, die man hier später hat, haben wir auch bisschen zu Zelda mäßig. Vorsicht nur Second of Mana, Zelda und alles so ein bisschen Inspirationen von dem Entwickler. Ich bin hier auch noch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist dann noch nicht einfach nur. Da unten habe ich einen Havi versteckt. Havi heißt sie. Da unten habe ich einen Havi. Das war'schen! Ich denke, es ist noch ein weiterer Mann. Ich habe die A-Belge-Bot für den Ich glaube, ich habe die A-Belge-Bot für die Green Merch Ich habe die A-Belge-Bot für die A-Belge-Bot Das war's. Das kann ja wirklich ein bisschen länger dauern. Stellt euch auf einen Floor. Eine 2 feste ein. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jaa, aber ich kenne, dass du jetzt nicht alle bekommst. Ich denke, der Fücher wird live. Ich spiele auch hart. Ich bin ja so richtig über der Lenktaube. Probieren, probieren, probieren. Ich bin ja so richtig. Das war's. 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 Das war's.